ja hallo leute ich begrüße euch zu einem weiteren video ich bin euch noch was schuldig mir auch und zwar das letzte stückchen oberlauf hier vom kirchhörderbach habe ich letztes mal dummerweise erst hier angefangen weil ich dachte der geht ja gar nicht groß hier in den wald rein aber er hat noch ein stückchen und er hat vor allem viel wasser und deswegen möchte ich mir das heute mal angucken ist natürlich gerade was los hier vielleicht sollte ich mir auch ein fahrrad zulegen wieder wieder eins zulegen da kommt man echt schneller voran vor allem könnte ich das am ziellort abstellen wenn ich mal losgehe eine längere tour das habe ich jemand schon mal erzählt das ist schon cool wenn ein fahrrad stehen würde wenn ich das erste hinbringen würde dann mit dem auto zum start und dann nicht ankommen könnte ich schön mit dem fahrrad zurückfahren aber dafür bräuchte ich ja mindestens ein dachgepäckträger und da geht das problem gleich schon wieder los so oder so ein klappdingen so ganz kleines einfaches ja das sieht ja nicht so schlecht aus mal gucken wo die quelle hier finden kann nicht so schwer sein kommt ein bisschen was von dem berg hier runter zu fluss ne quatsch es schlängelt sich dann die steine so herunter das ist richtig schön ich hab mal lieber die schnauze die ströte definition das ist Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Hallo. Gucken, der kam ja mit dem Hund her. Na gut, muss jetzt nicht, ne, fertig.